Aus Magdeburg, Mike Doppelis! Sein Gegner kommt aus Kiew. Ich rufe die Rote her, Janimir Sterloff! Mein Name ist Elf, beide Kämpfer 85 Kilo, auch hier geht es um die deutsche Meisterschaft, zweimal fünf Minuten. Ich rufe die Rote her, Janimir Sterloff! 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 Kitschra! Federloff, Federloff, Federloff! Kitschra! Berge. Kitschra! Kitschra! Barschra! Wer sind sie in die Rote her? Wollte können sie in die Rote her? Kitschra! Vielen Dank. 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 Hey. 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 Der Kämpfer der Roten Ecke aus Kiew, Wladimir Sero. Super, ein super Feind wieder in Klasse Kampff. Der Kämpfer der Roten Ecke aus Kampff. Der Kämpfer der Roten Ecke aus Kampff. Danke. Danke.